Ein herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2 Die, das, die, die gerne vom Eontor, Paper Mario halt Ihr wisst schon, ihr wisst schon, wenn ihr hier eingeschaltet habt, dann seid ihr auf jeden Fall gewillt und gewollt weiter zu gucken Wir sind im Let's Part, hier haben wir den pinken Knochen trocken besiegt und sind weitergegangen in Lugatzburg Viel haben wir nicht geschafft im Let's Part, allerdings doch, eigentlich schon, ich meine, es ist eine kleine Burg Ah, dieser dreckige, dieser dreckige Mist So, Feuerblumen will ich behalten, Mysterium, ah, nee, die schlagen rauf Ich wollte, ich hab gedacht, ich hab mich gewundert, warum da so einer, äh, liegt Beziehungsweise warum da so einer, warum da zwei so dicht aneinander liegen Und, ja Er war da noch lebendig Danke, dass du deinen Kumpel neu zusammen baust Mehr Erfahrung für mich Und zack, und weg So, was sagt ihr bisher bis jetzt, bislang zu Paper Mario? Ein selten Objekt, welche Kraft mag es wohl haben? Eine Insignie Ähm, was sagt ihr bis jetzt zu Paper Mario? Ich mein, es ist noch, gut, es hat sich noch nicht viel, es ist noch nicht viel passiert Also, das Spiel wird noch mehr, das wird noch besser So, ich muss kurz was gucken Ah, okay Gut Ups Müssen wir, ach, ah, auf Zeit Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Kupio Mein Bester Bleib mal da Da, da hängt es sich gut So Zack Genau, so machen wir das Kupio Danke Hier ist nämlich ein Sternensplitter Ist hier noch mehr? Nein Mehr ist hier tatsächlich nicht Ähm Aber hier ist auf der anderen Seite jetzt noch was Die Roten aktivieren wir gleich Wir müssen den Lilanen nämlich noch nach oben Befördern Denn hier ist, glaube ich, was Ja Ein weiterer Sternenspieler Nice Nice So Was hast du noch mal gemacht? Ah, ja, 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 ja Ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Was Wo führst du uns noch mal hin? Ah, genau Zum Hochschlüssel Der Borg-Schlüssel Nice So Die brauchen wir halt noch mal Hier bist du Unnütz Leiter Wir müssen einmal auf die andere Seite Moment, warte mal, warte mal Kann man die Dinger schieben Bin an der Meinung, man konnte irgendwie durchs Fenster Kann aber auch sein, dass ich mich täusche Wir gehen weiter Kann sein, dass ich mich täusche Nice Und jetzt ist der Safeblock Ich benutze doch gleich mal Ja, ja, machen wir So Ich will erstmal nach oben Also sehr schön Sehr atmosphärisch, muss ich sagen Mit den Spinnenweben hier Ist Paper Mario Stil halt Aber Ist halt sehr cool, ne Ich mein Kein Spiel hat es bislang hin So gut hingekriegt Wie Paper Mario So den Papierstil zu haben Ich mein, gut Es gibt auf der Playstation halt Tear Away Oder Tear Away Irgendwie so Aber das kommt irgendwie nicht so nah Nicht so dran an Paper Mario, ne Vom Stil Die Tür ist verschillt Und du brauchst einen Schlüssel Auch wenn das alles auf Papier und Pappe dort ist Aber Ihr wisst schon Ihr wisst schon Ich glaub da kommen wir noch nicht rüber, ne Ne, ne Da kommen wir noch nicht rüber Schade Rums Oh, Gumba Gumba Paragumba Und zwei Paracupa So So Machen Multisprung Dann können die schon mal nicht fliegen Und zack Ah, ich hab vergessen Ihr habt mich gedrückt Hakeni Paragumas hilft aber auch Ihr, äh, Dings mehr, ne Ich hab den Namen schon wieder vergessen Mist Gumbrina Genau Weggemacht Drei Zwei Erfahrungen bekommen von denen Ja, nur zwei, ne Oh Ich hätte gerne was zum Healen wieder Warte mal, war das hier? Ne Ich hätte gerne was zum Healen Healen Die haben nur ein KP Die Knochen trocken Ja, Kubio Du kannst hier echt nix, ne Du kannst da grad echt nix machen Mach mal ne Show-Einlage Ah, das kann ich noch nicht abteilen So, ich hätte jetzt gerne echt nochmal so'n Heal-Block, ne Muss ich sagen Hätte ich echt gerne Rache-Pulver Der, der, der halben Den halben Schaden erleidet Der Angreifende Ah Ah, ich, ich hab, ich, ich weiß, glaube ich, was das ist Kubio Auf Zeit, ja, hab ich mir schon gedacht Hab ich mir schon gedacht So, Kubio, hier, komm Schildkröten sind, müssen diesmal draußen bleiben Na, ihr wisst, was das bedeutet Ihr wisst, was das bedeutet Diese schwarze Truhe Ein neuer Fluch Yeah Oh Lange waren keine Gäste in diesen Gormeuern Was? Ein legendärer Held? Weil du meine Stimme hören kannst? Eine bizarre Idee Hm, ja Überhaupt nicht Ich denke, jeder kann meine Stimme hören Ich schätze, du bist da auf einen Trick hereingefallen Oh Aber egal Würdest du mich vielleicht trotzdem aus dieser Kiste befreien? Es ist ein wenig eng hier drin Und ich bin schon ziemlich lange eingesperrt Du musst nur den Schlüssel finden Und die blöde Truhe aufschließen Was? Ich würde dich sowieso mit Einflug belegen, sobald du die Kiste eröffnest Wer macht denn sowas? Das ist doch schrecklich Nein, sowas würde ich auf keinen Fall machen Niemals Versprochen Wenn du mich rettest, kann ich dir vielleicht auch helfen Quasi zum Dank Man muss dir doch gegenseitig helfen Das ist doch wie geben und nehmen Na jedenfalls wäre ich froh, wenn du mit dem Schlüssel Dieser Kiste aufschießt Oh, haben wir den Schlüssel? Ich denke, ich kann dir auch nützlich sein, wenn du mir hilfst Also wenn du Zeit hast und so Ja, wir holen den Schlüssel Irgendwo Wird das sicherlich sein Oh, ich erinnere mich Ähm, ich muss kurz 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 gucken Ähm Ähm Ähm, mm, mm Gut Warte, warte Nee, okay Ihr werdet gleich merken, was passiert Ein schwarzer Schlüssel erhalten Ähm, öffne eine schwarze Truhe So, und jetzt müssen wir uns beeilen Denn Ähm, äh, Mario Schau mal, was da ist Oh Ja Das ist übel Ich schätze, es wäre besser, wir würden fliehen Ja, das ist besser Wir haben einen Timer Ich deswegen habe ich eben auch nochmal nach dem Weg geguckt Ihr habt schon den Riss da rechts gesehen Ich weiß nicht, ob man das später nochmal hin kann Nur so Auf jeden Fall Habe ich es im Hinterkopf Abgespeichert Und wir haben es auch gleich beim ersten Mal geschafft Gucken wir mal Ob, ob das, wie es aussieht, wenn das unten ist Ja, kommt das noch Ja, kommen sie Guckt euch die Stacheln an Krass, ne Finde ich auch Aber wir sollten mal langsam hier rausgehen Gut, wir haben den schwarzen Schlüssel Oh, anscheinend haben wir es geschafft Also, wir haben den Schlüssel Jetzt müssen wir noch die Truhe öffnen Ich glaube, wenn ich mit Kubios spreche Müsste ich mir irgendwie eine Wäscheklammer über die Nasen machen, ne Das wäre es am besten, ne Oder Gut Hi Oh, du hast den Schlüssel Wunderbar Hier, bitteschön Machen wir auch Guaha, du Tor Ich bin kein Tor Oder so Was bist du für ein Narr Aber meine Lügen waren wohl zu geschickt Aber diese Burg ist ohne eine Ohne eine Falle, aus der es kein Einkommen gibt Ohnehin eine Falle Ja, ist okay Du hast in diesem Moment elendig Elendiglich krepieren Aber vorher wird dich noch mein schrecklicher Fluch treffen So, sei denn verflucht Ah, nein Aha, damit bist du verflucht Selber schuld Und dieser Fluch ist noch viel, viel schrecklicher als der letzte Drückst du R So dreht sich dein Körper wie am platten Wind Uah, wie schrecklich Oh, ja Und nun zeig mir deine Gestalten All ihrer Erbärmlichkeit Haltet R gedrückt Und blicke dann schicksal in die Augen Oh nein, wir können uns seitlich hinstellen Scheiße Was soll das Zeig mir dir deine fürfluchte Gestalt Haltet R gedrückt Habe ich doch Aha, nun, wie gefällt dir jemand hier Gestalt Der Fluch hält an, solange du R gedrückt hältst Springen, laufen, alle deine Bewegungen werden die absolut jämmerlich aussehen Oh ja, das stimmt Hast du verstanden, was dir diese Flucht hier antut? Jo Nun, lebe wohl, du Narr Ha, ha, ha Ha Wir sind verflucht Wir können uns seitlich hinstellen Ja Ja Das ist nice, ich weiß Damit können wir auch durch Gitter und so Ist schon cool Somit kommen wir auch in das Item hier ran Nämlich SoundFXA Beim Angriff gibt Mario Frosch Laute von sich Müssen wir uns auch mal ausrüsten noch Kostet zumindest zum Glück nichts Und wir haben ja schon mal noch ein anderes Tor vorhin gesehen Wo wir, wo geht das still, wo wir waren Ähm Wir gucken mal nach Wir safen auf jeden Fall erstmal Und Geh nochmal zurück Ähm Nee, nicht, ne Nee, nee Wobei, warte, nee Egal, egal, wir gehen jetzt noch weiter Ich möchte jetzt nicht unbedingt eng die Zeit verschwenden Mit dem Zeug hier, so warte mal Hier links Ich weiß nicht, ob es euch vorhin aufgefallen ist Oder im letzten Part Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist Ich habe ja sehr cool gemacht, dass man jetzt hier hinkommt Wir haben jetzt den Burgschlüssel Öffne eine Tür in Lukasburg Und ihr wisst, welche Ihr wisst, welche Wir waren da schon mal Da müssen wir wieder nach oben für So, komm Hopp Und das ist halt dieses Rätsel Und ich kann euch so versprechen Sobald wir hier im, ähm, im, im, im Aus Logasburg heraus sind Und wir in, in Der Hauptstadt sind Ich habe das Namen vergessen Ähm Werden wir Ein paar Sidequests machen Ein paar Sachen holen Da ich habe Bock drauf Wir sind die Stadt erkunden In der Hauptstadt Wir waren ja schon Die Anfangsstadt halt Weil du dich Dadurch können wir jetzt Ein bisschen mehr Dadurch, dass wir seitlich Seitlich hinstellen können Können Stadt erkunden Außerdem müssen wir nochmal sowieso nach links Wie man da war, da war noch die Wir müssen auch noch eine, äh, eine Kontaktdünste besorgen Eine neue, sonst kann man nicht nach links Und ja, hier wisst schon So, kann man mit diesem, mit den Schlüssel Können wir diese Tür öffnen Können wir Cool Und wir können es hielen Oh, was nett Doinks Ah, hier war das Hier war das Ihr seht, ihr seht, ihr seht es Ihr seht, ne Ihr seht Äh, wenn ihr es nicht seht Dann habt ihr Pech gehabt Ähm, ihr seht es auf jeden Fall Hier kann man durch die Fenster Durch das Fenster durch Danke So Da sieht man da schon einen Sternensplitter Das ist nice, ne Dieses, dieses Das ist halt das, was Paper Mario so ein bisschen ausmacht Äh, wir müssen hier nach links Gibt viele Tricks Vieles, wo man drauf achten kann Aber auch halt nicht so schwer Es ist halt, äh, es ist halt sehr moderat Vom Schwierigkeitsgrad her, würde ich behaupten Also recht, eigentlich recht okay So, Knochen trocken Sitzen da sogar Knochen trocken in Publikum? Ja, tatsächlich Ähm So Ach, jetzt hört ihr diese Froschlaute? Hehehe Hab ich schon mal ausgerüstet Warum wir beim Endboss Dieser Borg Selbst hier Ähm Sack Auf nach oben Ähm Boings Mit Kupio, ne Mit Kupio, bitte Na, klappt das? Ja, tatsächlich, geil So, Hummel, der ist auf Himmel Himmel, der darf da nicht bleiben So, Mario Spring Was hält er da eigentlich für ein Item Ich weiß es nicht So, hier brauchen wir wieder einen Schlüssel Ah, immer dieses Schlüssel Wie er so tut Wie er so tut Wie er so tut So, die würde ich gerne voll haben Diese verfallene Gemäuel, dieser alten Burg Wir sind hier, um Loga zu besiegen Und ein Stenjuwel zu holen Und leider können wir dir diese Stenjuwel unter keinen Umständen überlassen Stenjuwel? Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas in dieser Burg gibt Habe ich vielleicht gerade einen heißen Tipp erhalten? Auf keinen Fall Aber egal Schließlich wartet zuerst auf der Suche nach diesem Stenjuwel Mein Orden habt ihr schon Mein Orden habe ich schon Das Stenjuwel soll also eure Beute sein Danke Wie bitte? Ich nix zum Abschied Nur so Dabei haben wir uns gerade erst getroffen Aber es ist Zeit für den Abschied Was für ein Frechel Ach ja, eins wollte ich dir noch sagen In dieser Burg befindet sich ein Orden Der im Kampf gegen den Drachen helfen soll Was für ein Orden? Das weiß ich auch nicht Hast du den etwa schon? Wenn du gegen Lugat kämpfst Solltest du an diesem Orden auf jeden Fall anlegen Und damit adieu, mein bärtiger Kavalier Bis zum nächsten Mal Eine seltsame Person Aber irgendwie auch charmant, oder? Ja, würde ich nicht unbedingt sagen Aber ich kann euch sagen Das ist ein Charakter, den man optional in sein Team holen kann Ja, es gibt sogar optionale Charaktere Beziehungsweise eigentlich nur sie Aber ich weiß nicht, ob ich sie ins Team hole Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, wie man sie ins Team bekommt Man muss irgendwas machen Keine Ahnung Wir holen auf jeden Fall erstmal die Truhen Gucken wir mal, ob was drin ist Ein Pilz, nice Der Bohr, ein Burgschlüssel für die andere Seite Sirup und eine Insignie So, war hier irgendwas noch was? Kann man hier hintergehen? Nee Wo ging's wie jetzt noch hin? Immer diese Knochen trocken Zum Glück hat die echt nicht viel aus Die haben nur ein KP Aber geben halt aber auch nichts, ne? Die geben halt aber auch nichts Das ist halt das Problem Eine Erfahrung, glaube ich Du kannst liegen bleiben oder gleich sterben Kann mir eigentlich auch egal sein Bei jedem Angriff Bei jedem einzelnen Angriff Tönt das Froschgeräusch Das müssen wir auf jeden Fall Nach dem Bosskampf ablegen Ah Hau ab Wie das Spiel noch unbedingt uns die EXP geben will Die wir verdienen So, hier kann Kuglo einmal gleich Durchrollen Wobei Der ist ja eh geld down Müssen wir halt einmal abwehren Ja gut Ist jetzt nicht unbedingt schlimmer Der eine Kraftpunkt Ja, das war Wir haben ja in diesem Part Aufwiefern einen neuen Charakter kennengelernt Eine kleine Diebin Optional Mal gucken, wann die ins Team kommt Oder überhaupt Das kann ich euch nicht versprechen Das kann ich euch nicht versprechen Ob ich die ins Team nehme Oder ob ich beim normalen Team lieber bleibe So, ist ja noch ein Gegner Ein Gegner ist ja noch Den mache ich offscreen Damit danke ich bei euch fürs Zusehen Und schalte beim nächsten Paper Mario ein Dann werden wir auf jeden Fall Definitiv den Boss wieder Burg schaffen Beziehungsweise besiegen Gegenüber stellen Und ja Haut rein und tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Jits uta